Luca Hollastein, herzliche Gratulation. Sie haben heute das erste Mal in dieser Saison an die Säcke getroffen und Sie haben eine tadellose Leistung gezeigt, aus meiner Sicht. Wie fällt Ihres Fazit aus nach dem ersten Gotthardsterby der Saison? Ja, ich glaube es ist nie einfach gegen Ambre spielen, vor allem in Ambre umso weniger. Aber ich glaube, wir hatten gestern nicht so einen guten Match, heute haben wir uns wieder verbessern, haben wir uns wieder steigern und es war ein guter Team-Offer. Und ja, ich glaube, schlussendlich haben wir verdient gewonnen. Jetzt haben Sie von Ihrem Team aber wieder gesprochen, Ihre persönliche Leistung. Ich glaube, Sie dürfen in Zentralschweiz hoch zufrieden fahren heute? Äh, ja, ich glaube, es ist mir recht gut gelungen heute, ja. Schade habe ich noch eine bekommen dort, aber schlussendlich zählen die zwei Punkte, die wir da mitnehmen. Warum tut sich Zugang mit Goalschiessen-Momenten ein bisschen schwer? Hinten ist es eigentlich okay oder sogar sehr gut? Was fehlt, dass es vorne noch ein bisschen mehr einschlägt? Ja, ich glaube, so der letzte Zwick fällt noch ein bisschen. Wir haben ein bisschen besser vor dem Goalschaffen und dann fallen die Schüsse rein. Luca Hollerstein, besten Dank. Danke auch. Danke. Danke auch. Danke.